Ich habe mich von dem Moment hinreißen lassen und... Ja, such nach den richtigen Worten. Ich bin gerührt, dass er endlich offen etwas zu dem Thema sagt. Ah. Henry. Schon gut. Ich glaube, ich habe verstanden. Und danke. Danke? Wofür? Danke, dass du endlich zugegeben hast, dass da etwas passiert ist. Es war ein bisschen so, als wäre ich verrückt geworden und hätte mir alles nur eingebildet. Er lächelt verständnisvoll. Es macht es nicht besser. Es macht es einfach nicht besser, Mensch. Also so von außen betrachtet, ne? Es tut mir leid. Wirklich. Ja, ja. Das sagt er jetzt nur so. Nein, wir wissen, dass es ihm leid tut, aber trotzdem. Ich habe versucht, so zu tun, als ob nichts wäre, aber das war nicht leicht. Deinen Blick auszuweichen war eine Qual. Es läutet. Und natürlich wird er jetzt von der Schulklocke gerettet. Meine Fresse. Henry rührt sich nicht. Wir sehen uns an. Ich lächle ihn an und werde rot. Mann, falls doch endlich übereinander her. Dann ist es endlich gut. Das macht einen verrückt. Okay, also wir müssen auf jeden Fall ein Foto machen. Gibt es noch mehr als das Notebook? Ne, also bisher sehe ich nur das Notebook. Wow. Das Modell finde ich schon seit Monaten toll. Mein Computer ist so langsam. Das ist deprimierend. Äh, was klotzt du meine Sachen so an? Ich dachte nur, dass das ein toller Computer ist. Natürlich, was denkst du denn? Mein Vater lässt mich nicht an irgendwelchen alten Dingern arbeiten. Ah ja. Komisch. Auf einmal hat sie einen neuen Computer. Merkwürdig. Was ist das jetzt? Was ist das für eine Liste? Das ist die Liste von Herrn Novara. Darauf stehen die Arbeitsgruppen für die Referate. Das ist aber komisch. Enzo und Jessica haben das Thema Kriege von heute gewählt. Äh, genau wie Jasmin und Clement. Jetzt wird mir einiges klar. Mhm, genau. Ich habe das Gefühl, ich kann endlich durchatmen. Endlich hat Henry mit mir über diesen Tag gesprochen, dass ich es nur rauskriege. Es tut mich... Ach, er tut nicht mehr... Was ist denn heute los? Was ist denn hier los? Er tut nicht mehr so, als wäre nichts passiert. Ich weiß immer noch nicht, ob er den Moment in seinem Zimmer bereut, aber ich glaube, das ist nicht die Frage. Ich bin froh, dass alles wieder so ist wie vorher, bis auf diese Kleinigkeit. Er hat gesagt, er habe sich von dem Moment hinreißen lassen. Das weckt mir plötzlich wieder Hoffnungen. Hm. Ähm. Oh. Was ist jetzt schon wieder los? Hat sich Jay wieder ausgezogen? Er sollte aufhören, morgens solche Fotos zu posten. Davon muss ich mich jetzt erstmal holen. Äh, ist er endlich mal ungeschminkt? Und hast du jetzt kapiert, dass er morgens scheiße aussieht? Hihihihi. Äh, ich lache. Nein. Vor etwa einer Stunde hat er ein Foto nach dem Joggen gepostet. Er ist so sexy. Henry wirkt verlegen, lächelt aber. Äh, wie so oft redet Jasmin von Jay? Ich glaube, er findet, dass sie übertreibt. Zeig es mir mal. Oh. Jetzt übertreib mal nicht. Guck mal, wie er sich angestrengt hat, damit er seine... Was? Damit man seine Bauchmuskeln sieht. Er sieht aus, als hätte er Verstopfung. Clement ist einfach der Beste. Es tut mir leid. Immer wieder, immer wieder herrlich, ne? Ah, Jasmin ist natürlich nicht begeistert. Und nun folgen die üblichen Diskussionen. Henry und ich sehen uns an und lachen. Er hält meinen Blick stand. Ja, das ist jetzt dieses Etwas zwischen uns. Ich streiche mir eine Haarstelle hinter das Ohr. Ich spiele die Schüchterne. Sie ist schüchtern manchmal, zumindest. Äh. Ich muss total albern aussehen, aber das konnte ich mir nicht verkneifen. Ich merke, dass mich jemand beobachtet. Oh Gott. Enzo sieht mich überrascht an. Bestimmt hat er die Blicke zwischen mir und Henry bemerkt. Er ist ja nicht doof. Ist er eifersüchtig? Der Lehrer kommt und schließt die Klassentür auf. Alle gehen hinein. Ja. Wie macht man sich Feinde in 3, 2, 1, ne? Wie in jeder Philostunde herrscht Chaos. Ich liebe Philosophie, also bemühe ich mich, dem Unterricht zu folgen. Aber einige Mitschüler, allen voran Enzo und Jessica, geben sich viel Mühe, den Unterricht zu stören. Ein bisschen Konzentration, bitte. Der Satz des Lehrers hat keinerlei Wirkung. Zur Tafel gewandt, schreibt er weiter. Plötzlich sehe ich ein Geschoss auf mich zukommen, höre Enzo und seine Kumpels kichern. Durch ein Blasrohr schießt er gekaute Papierkügelchen. Es ist widerlich. Der Lehrer bekommt natürlich nichts mit, denn die großen Mäuler trauen sich nur, wenn er ihnen den Rücken zudreht. Sie zielen auf das Pult des Lehrers, auf dem schon einige feuchte Papierkugeln kleben. Ich sehe Enzo angeekelt an. Er hält meinem Blick provokativ stand. Er kaut ein weiteres Papierkügelchen vor und zielt ganz offen auf Henry. Er trifft seinen Opfer am Hinterkopf. Henry richtet sich kurz auf. Er hat gemerkt, was passiert ist. Er sieht die Kugeln, die schon überall kleben. Aber sonst bewegt er sich nicht. Enzo und seine Komplizen krümmen sich lautlos vor Lachen. Er sieht mich siegessicher an. Ich könnte kotzen. Der Typ ist so ein Idiot. Mit einem teuflischen Lächeln spielt er sein Spiel weiter. Henry treffen mindestens fünf Kugeln am Kopf. Ich könnte explodieren. Aber als ich gerade aufstehen und eingreifen will, fasst Henry in seine Haare und sammelt die darin klebenden Kugelchen heraus. Enzo freut sich diebisch, dass Henry nun angeekelt reagieren wird. Nun, dass er sich nichts anmerken lässt. Ach, nur, dass er sich nichts anmerken lässt. Henry erhebt sich und geht auf ihn zu. Er bleibt vor Enzo stehen und sieht ihn von oben herab an. Was ist das, du ein Problem, Junge? Endlich dreht sich der Lehrer um, um zu sehen, wer da redet. Henry, warum sitzen Sie nicht an Ihrem Platz? Henry dreht sich zum Lehrer um, um ihm höflich zu antworten. Enzo hatte etwas neben mir fallen lassen. Ich wollte es ihm nur zurückgeben. Zufrieden mit der Antwort, dreht sich der Lehrer wieder zur Tafel um. Doch sobald er nicht mehr im Blickfeld des Lehrers ist, dreht sich Henry zu Enzo um und verpasst ihm einen gewaltigen Schlag in den Nacken. In seiner Hand hatte er noch immer die feuchten Papierkugeln gehalten, die jetzt auf der Haut des Schützen kleben. Enzo ist überrumpelt und sucht nach Worten, während Henry sich zu ihm hinunterbeugt. Ich glaube, du hast da etwas verloren. Dann reißt er ihm den Papierbogen aus der Hand, aus dem Enzo seine Geschosse herstellt. Der steht auf, um Henry zu antworten, aber Henry ist schon wieder an seinem Platz. Kopf in den Nacken, äh, nein, Schelle in den Nacken, sowas. Enzo, setzen Sie sich! Oh Gott. Enzo ignoriert die Aufforderung des Lehrers und traut Henry zu. Dich krieg ich, Junge! Dir werd ich's zeigen! Henry verzieht keine Miene und schreibt weiter von der Tafel ab. Setzen Sie sich, sonst können Sie sofort zum Direktor gehen! Enzo setzt sich wieder. Viele Mitschüler, die dieses Spektakel verfolgt haben, kichern leise. Am Ende der Stunde stürmt er wütend als Erster aus der Klasse. Tja, war mal gegen Wind, ne? Leila, kommst du? Die Jungs warten auf uns. Ja. So, was haben wir denn? Ach, wir müssen jetzt ein Foto machen. Nein, halt Foto. Foto! Machen wir mal Foto. Bin ich gespannt, was das ist. Das Blatt Papier, aus dem Enzo seine Munition hergestellt hat. Henry hat es ihm wie einem Kind abgenommen. Ich sehe mir genauer an, was darauf steht. Sieht aus wie Dialoge aus einem Interview. Mein Gott, der Text steckt voller Fehler. Absolut unwichtig eigentlich. Ah Gott. Was guckst du dir da an? Daraus hat Enzo die ekligen Papierkugeln gemacht. Esmin wirft einen flüchtigen Blick auf das Papier und nimmt es mir dann aus der Hand. Erschrocken reißt sie die Augen auf. Was ist? Stimmt was nicht? Leila, das ist wortwörtlich das Interview mit Stefan, dem Soldaten, den wir gefilmt haben. Was? Ich glaube Jessica kopiert unsere Projektarbeit. Das erklärt die vielen Fehler. Enzo und Jessica haben die Infos nicht aus dem Internet, sondern haben das Interview vom USB-Stick kopiert und angehört. Ich dachte, das Referat interessiert sie nicht. Wie der Unterricht im Allgemeinen. Sieht aus, als wäre sie plötzlich ehrgeizig. Leider mit unehrlichen Mitteln. Ich glaube, es gibt einen Grund, weshalb sie angefangen hat zu arbeiten. Meinst du, sie hat endlich kapiert, dass sie sonst ihr Abi vergessen kann? Oh, ich glaube nicht, dass es so aus einem edlen Motiv ist. Nein, ich denke eher, dass der Vater ihr die... die, wie sagt man... einen Riegel vorgeschoben hat. Wow, du hast Enzo echt total blamiert. Hahaha. Ja. Ich glaube es immer noch nicht. Ich schwöre es dir. Ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben. Nein, spinn nicht drum. Das war perfekt. 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 Ich fand's toll. Natürlich war's toll. Ich lache. Er hat es schließlich darauf angelegt. Henry sieht mich an und lächelt. Äh... Er beugt sich zu mir herüber. Ich dachte, wenn ich nichts unternehme, würdest du dich einmischen. Das Risiko wollte ich nicht eingehen. Oh. Wie gut, dass ich Händler. Oh, ich... Erwischt. Also, danke. Er richtet sich wieder auf. Übrigens organisiert mein Musiklehrer in zwei Wochen ein Frühjahrskonzert. Alle Schüler der Musikschule spielen dabei zusammen in einem Saal. Oh. Ach, mein Vater wird da sein. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne auch kommen. Ich würde mich darüber freuen. Oh, ja, 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 gerne. Du meinst ein Cello-Konzert? Clemens scheint nicht besonders begeistert zu sein. Na komm, lieber Cello-Konzert, als wenn er bei Jay aufs Konzert muss. Eigentlich ist er bei Jay aufs Konzert, aber das weiß ja niemand. Ach Gott. Äh, da sind auch Geigen dabei. Uff, da bin ich aber beruhigt. Komm schon, gib dir einen Ruck, wenn uns Handy schon mal etwas vorschlägt. Äh, ich will dich ja nicht verletzen, Kumpel, aber ich stehe eher so auf Sachen mit mehr Action. Ah, haha, ich weiß, Clement, du stehst nicht unbedingt auf klassische Musik, aber vielleicht gefällt es dir ja dann trotzdem. Ah, er dreht sich zu mir um. Was sagst du? Hm, die Idee, Henry Cello spielen zu hören, gefällt mir gut. Ich lächle ihn an. Klar, ich freue mich. Allerdings ist dabei Abendgarderobepflicht. Alles klar. Hat doch niemand ein Problem von denen, die machen sich doch alle gern schick. Ach ja. Jessica geht mit ihren Freundinnen an uns vorbei. Unglaublich, dass sie in meinen Sachen gewühlt hat. Was? Was meinst du damit? Jasmin sieht mich traurig an. Leila und ich haben herausgefunden, dass Jessica an meinen Sachen war, um Teile unseres Referates zu kopieren. Sag das nochmal. Ich glaube leider, es stimmt, Clement. Wir haben so viel Arbeit da reingesteckt. Der wird dich was erzählen. Henry hält ihn am Arm fest. Beruhig dich, Clement. So machst du es nur noch schlimmer. Clement sieht Jasmin an. Sie ist enttäuscht. Es ist hart für sie zu sehen, dass jemand ihre Arbeit so dreist kopiert hat. Das Referat ist ihr wichtig. Ach, Jasmin. Sie hebt den Kopf und versucht aufmunternd zu lächeln. Das wird schon, Clement. Dass sie ein paar Passagen kopiert hat, heißt doch nicht, dass... Als er Jasmin so traurig sieht, tobt Clement erst recht vor Wut. Ich ziehe meine Freundin zu mir heran. Komm, wir gehen jetzt mit... Ach, wir reden jetzt mit Jessica. Aber, aber, aber was sollen wir ihr sagen? aber es soll meinst du門นะ. Ich wäre toll. Aber, ich glaube nicht,